So, jetzt eine Frage. Allah sagt im Koran, wir haben die Amanu herabgesandt, den Koran, und wir werden ihn wahrlich schützen. Ist damit mein persönliches Manuskript gemeint, dass ich keine Rechtschreibfehler machen kann? Dass ich keinen Vers bei meinem persönlichen Manuskript schreibe, vergesse? Dass ich nicht irgendein Wort falsch schreibe? Ein Wort auslasse? Eine Sura vielleicht? Nein, das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint, dass es niemals dazu kommen wird, dass eine Allgemeinheit den falschen Koran oder falsche Schriften vom Koran und Fehler akzeptiert.